Tja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir heute hier wieder zusammenkommen, wobei ich nicht sicher bin, ob Sie wirklich wissen, was Sie sich heute antun. Denn beim letzten Mal haben wir uns über Bruce Marshall unterhalten, oder ich habe Ihnen dazu was erzählt, und der mit viel Humor durch die Unwägsamkeiten des Lebens gesteuert ist. Belok ist ganz anders. Belok ist sperrig. Belok regt zum Widerspruch. Belok ist jemand, der es einem nicht leicht macht. Ich mache es mir heute ein bisschen leichter dadurch, dass ich hier ein Glas Rotwein zu stehen habe. Ich finde Podiumsdiskussionen immer so anstrengend, wo man unten sitzt, und die oben da, die haben immer mindestens Wasser. Und das ist immer so angenehm, wenn die da was trinken dürfen, und die anderen nicht. Heute sitze ich hier, ich finde das sehr schön. Sie werden noch sehen, warum hier Rotwein steht. Das hat also wirklich was mit Belok zu tun. Nicht unbedingt nur mit mir, ich mag Rotwein gar nicht. Belok, ich sage mal, Belok muss ich Ihnen mal zeigen. Ich habe das hier, blöderweise, ich habe bloß so ein kleines Bild. Aber wenn Sie hier mal so gucken, das ist er in jungen Jahren. Und das ist er ganz alt. Ich mache das hier mal so, und dann geht es so weiter. Also so richtig freundlich sieht er eigentlich nie aus. Das täuscht. Der war gar nicht so schlimm. Aber er wirkt manchmal wie so eine englische Bulldogge. Wobei ich die eigentlich als Hunderrasse besonders gerne mag. Die wirken so grimmig und sind es gar nicht. Aber bei Belok, das gehörte zu ihm, er wirkte immer irgendwie muffelig. Hatte aber viel Humor, und ich hoffe, dass ich Ihnen das doch noch werde zeigen können. Wer war Hilaire Belok? Dieser Mensch mit diesem komischen Namen. Wir hatten in dieser Woche Hilarius von Poitiers. Da ist sein Namenspatron her. Hilaire Belok, ein französisch klingender Name, was schlicht und einfach daran liegt, dass er von Geburt Franzose war. Er hatte ein gemischt nationales Elternhaus. Ein Vater aus Frankreich und eine Mutter, die aus Großbritannien gekommen war und nach Frankreich ausgewandert war. Er ist geboren worden am 27. Juli 1870. Am 19. Juli 1870 hatte der Deutsch-Französische Krieg begonnen. Er ist geboren worden 12 miles vor Paris. Das führte dazu, dass seine Eltern eigentlich sofort Reis ausnehmen mussten. Die mussten ihr Haus verlassen. Das Kind war noch nicht richtig abgenabelt. Da war es schon auf der Flucht. Erst innerhalb Frankreichs schaffte man sich eine andere Bleibe. Das ging dann aber relativ zügig weiter. Die ersten Monate und Jahre des Lebens von Belok, hat er ja selbst nicht so viel von mitgekriegt, aber die müssen sehr dramatisch gewesen sein. Sein Vater, der aus einer wohlhabenden Familie kam, aber mit dem Wohlstand nicht gut umgehen konnte, schaffte es, diesen Wohlstand durch Fehlspekulationen völlig in nichts aufzulösen, um dann kurz danach zu sterben. In diesem Moment war Hilaire Belok gerade mal, weiß ich, zwei Jahre alt. Und die Mutter war völlig auf sich gestellt mit diesem Kind, zog bei ihrer Schwester ein, um dann aber kurz danach nach England überzusiedeln in ihre alte Heimat. Dort wuchs Hilaire Belok auf, war ein prächtiger Schüler, hat leicht gelernt, wuchs zweisprachig auf, Französisch und Englisch, hat in der Oratory School Eckbuston, Birmingham, seine Schulausbildung gehabt, also sozusagen im Schatten des Seelien John Henry Newman, wobei nicht belegt ist, ob er Newman direkt irgendwo mal begegnet ist. Aber in dem Geist Newmans ist er aufgewachsen, aufgezogen worden, sozusagen als quasi-Oratorianer, sage ich jetzt mal. Wer aber einen wichtigen Einfluss, einen direkten wichtigen, auch geistlichen Einfluss auf ihn hatte, war Kardinal Manning, der ja ein großer Gegenpartsweggefährte, wie auch immer, zu Newman war. Der hatte zum Beispiel die Mutter von Hilaire Belok in deren Konversion zur katholischen Kirche begleitet und hat die ganzen Jahre über ein ganz freundschaftliches Verhältnis zur Familie Belok oder zum Rest der Familie Belok gehalten, solange er gelebt hat. Er hat seinen Militärdienst, obwohl inzwischen in Großbritannien lebend, als französischer Staatsbürger in Frankreich abgeleistet, 1891 in Thule. Und nachdem er das gemacht hatte, ist er wieder zurückgekommen nach Großbritannien, um am Balliol College in Oxford Geschichte zu studieren. Er ist da sehr erfolgreich gewesen. Er hat dann selbst geschrieben, Balliol made me, Balliol fed me, whatever had she gave me again. Er ist ein Mensch gewesen, der eigentlich alles extrem gemacht hat. Unter anderem auch das Wandern. Er war ein großer Fußgänger, ein großer Spaziergeher, ein großer Wanderer. Er hat ganz Europa durchstreift zu Fuß. Und nicht nur Europa, sondern auch die Vereinigten Staaten. Denn er hat dort bei einer Reise eine junge Frau kennengelernt. Eloide oder Elodie, wie sie sich dann später nannte. Und in die hat er sich verliebt und die wollte er gerne heiraten. Die wollte aber nicht. Die wollte den geistlichen Stand erwählen und Nonne werden. Da musste er nun also irgend, wie er meint, einen Liebesbeweis antreten. Und den hat er wirklich angetreten. Er ist nämlich vom mittleren Westen der USA bis zu ihr nach Kalifornien gewandert. Und das fand sie dann so beeindruckend, dass sie doch Ja gesagt hat. Und seine Frau geworden ist und mit ihm zurückgekommen ist nach Großbritannien. Diese Ehe war überaus glücklich, überaus fruchtbar. Fünf Kinder, ein Sohn, vier Töchter. Aber leider auch überaus kurz. Die Hochzeit 1896 in Amerika noch und 1914 starb Bellocks Frau an der Influenza, an der Grippe, an der großen Grippewelle, die damals in Europa tobte. Und das ist eine Sache, da ist er nie drüber weggekommen. Er hat sein Leben lang getrauert. Er hat nie wieder geheiratet. Und es ist überliefert, dass er also wirklich bis ganz zuletzt seiner Frau nachgetrauert hat. Er hat sich von dieser Situation nie wieder erholt. Dazu kam dann auch noch, dass der einzige Sohn Louis 1918 als Mitglied des Royal Flying Corps in Nordfrankreich gefallen ist. Und er dann eben alleine in der Familie mit seinen vier Töchtern allerdings lebte. und sich auch beruflich sehr unstet durchschlug. Er hat eigentlich nur zehn Jahre lang, wenn ich das richtig sehe, festgearbeitet. Also nein, nicht mal zehn Jahre, sechs Jahre. Von 1914 bis 1920. Und zwar als Redakteur einer Zeitschrift Land and Water. Land and Water war eine Zeitschrift, die sich letztlich mit der moralischen Unterstützung der Soldaten im Krieg beschäftigte. Und als der Krieg um war, gab es noch ein paar Nummern und dann war dieses Engagement beendet. Und darüber hinaus lebte er wirklich nur von seiner Schreiberei. Von seinem Schreibstift, wie es in den Biografien heißt. Und das heißt, er hat Zeitschriftenbeiträge geschrieben, er hat Bücher geschrieben, er hat sich zu einem wirklich großen Essayisten entwickelt. Er hat über 150 Publikationen in Buchform vorgelegt zu den unterschiedlichsten Themen. Und das ist eine große Stärke, wie ich finde, und gleichzeitig aber auch eine große Schwäche, die er hatte. Er hat sich ein bisschen zerfieselt, so ein bisschen wenig konzentriert auf bestimmte Themen. Er hat über Religion geschrieben, er hat über Wirtschaft geschrieben, er hat Romane, Novellen, Reiseberichte geschrieben, er hat Gedichte gemacht, er hat alles, was sich irgendwie in Worte fassen ließ, selbst hervorgebracht. Und war da aber zunächst auch sehr erfolgreich. Und zunächst auch war er sehr erfolgreich in seinem politischen Engagement. Und das gehört auch zu Bill Locke. Er hat immer auch als politisch denkender Mensch gelebt, was sogar so weit ging, dass er, oder andersrum, das ist angelegt worden in seiner College-Zeit, wo er, als er auf das College kam, in einen Diskussionsclub, in einen Debattierclub hineinkam. Und da eine Debatte miterlebte, die zwischen den beiden Kontrahenten etwa Pari ausging und die Debatte war beendet. Müder Applaus, alle wollten gerade aufstehen. Und da meldete sich dieser im Zuschauerraum sitzende Bill Locke und hat sich nochmal in dieses Thema eingemischt. Und hat so eine feurige Rede gehalten, dass die also alle völlig begeistert waren. Der hat sozusagen diese ganze Veranstaltung gekapert. Und das führte dann dazu, dass er später sogar zum Präsident der Oxford Union dieses Debattierclubs gewählt wurde. Als Franzose, der er noch war. In einem englischen Oxforder studentischen Debattierclub. Und das war eine politische Rede zu einem Thema. Und daraus wurde mehr so viel, dass er dann von 1906 bis 1910 sogar Mitglied des House of Parliament war. Und zwar für die Liberal Party. Das war übrigens nicht ganz einfach, weil er ja nun katholisch war. Und in Großbritannien in dieser Zeit katholisch sein ein echtes Stigma war. Das führte dazu, dass in der Versammlung der Liberal Party, wo die Kandidaten aufgestellt werden sollten, irgendeiner dann aufstand und sagte, ob er denn nicht ein Papist sei. Und da hat er die Flucht nach vorne angetreten und hat gesagt, bring das mal im Original. Also er hat gesagt, ja, jeden Tag die Messe, jeden Tag Rosenkranz. Und wenn sie das stört, dann möge Gott mich davor behüten, Sie im Parlament vertreten zu müssen. Er wurde aufgestellt als Kandidat und saß vier Jahre im Parlament. Das war eine Ausnahme, aber das war typisch Billock. Immer frontal, immer brutal, immer undiplomatisch. Billock war kein Diplomat. Und das hat ihm ganz viel auch geschadet im Laufe seines Lebens. Aber in diesem Fall ist es denn mal gut gegangen. Und er hat seine vier Jahre Parlamentsarbeit gemacht. Und dann sich aber auch nicht wieder aufstellen lassen, weil er fand, da müssen so viele Kompromisse gemacht werden, da ist so viel Falschheit bei, da will er eigentlich nicht wieder hin. Er hat dann privatisiert. Er hat dann einfach seine eigenen politischen Vorstellungen in Buchform vorgelegt. Und da will ich Ihnen hier mal ein Buch zeigen, das ist übrigens relativ selten, jedenfalls in Deutsch. Der Sklavenstaat. Der Sklavenstaat von Ilerbe Lock. Das ist hier rausgekommen, immerhin in der Deutschen Verlagsanstalt Stuttgart. 1925, original geschrieben worden, ist es 1913, glaube ich. Und zwar, das gibt es also im englischsprachigen Raum noch heute zu kaufen, mindestens als Printing-on-Demand-Objekt. Da entfaltet er seine Idee von einem politischen System, was sich Distributionismus nennt. Distributism. Das ist eine Sache, die ist ziemlich schräg, hat eine ganz kleine Anhängerschaft, die aber bis heute aktiv ist. Und wenn Sie ein Kindle haben oder irgend so ein Lese-Ding, dann können Sie sich also da ein Buch runterladen, was gerade heute noch erschienen ist, The Hound of Distributism. Da sind also diverse Aufsätze zu diesem Thema drin, wo das also mächtig vertreten wird. Insbesondere die American Chesterton Society ist da sehr, sehr aktiv, diese Ideen zu vertreten. Was meint Distributismus? Distributismus ist die Ablehnung von gleichermaßen Sozialismus und Kapitalismus, weil beides würde jeweils auf seine Art den Menschen versklaven. Die Leute müssten einfach arbeiten für andere und es sei dann je nach System nur die Frage, wo ihr Geld hinfließt. Bei ihnen selbst bleibt es keinesfalls. Und die Distributisten, die haben nun gesagt, Three acres and a cow is enough. Jeder Mensch müsste Besitz haben in überschaubarer Menge. Drei Hektar und eine Kuh, so als Sinnbild. Und die würden dann für sich selbst arbeiten müssen und sollen und dürfen und können. Würden das dann auch behalten. Man kommt zurück zu so einer Art Tauschwirtschaft. Und als leuchtendes Vorbild wurde das angeblich so funktionierende christliche Mittelalter gewählt. Völlig dusselig natürlich und abgefahren. Aber wie gesagt, es gibt es bis heute. Es gibt bis heute Leute, die diese Ideen vertreten. Und einer ihrer Säulenheilien heißt Geler Beloc. Und das hat er also wirklich ganz ernsthaft betrieben. Das ist dann übersetzt worden hier 1925 von Arthur Salz und ist mit einer flammenden Vorrede von Beloc auch versehen worden. Ich lese Ihnen einfach mal den Anfang kurz vor. Das ist nicht lang. Nur um die Idee klar zu machen, die dahinter steckt. Die These, die ich in diesem Buch aufstelle und beweisen will, lautet Unsere freie, moderne Gesellschaft, in der einige wenige das Eigentum an den Produktionsmitteln haben, befindet sich notwendig im labilen Gleichgewicht und hat die Tendenz, eine stabile Gleichgewichtslage zu erreichen. Dadurch, dass den Produktionsmittelbesitzern ein vollgültiger Rechtsanspruch auf gesetzliche Arbeitspflicht der Schichten, die kein Produktionsmittel besitzen, erteilt wird. Das ist doch ein schöner Satz, ne? Indem gegen die Besitzlosen dieses Prinzip des Zwangs angewendet wird, muss sich auch ihr Status, ihr Stand ändern. Vom Standpunkt der Gesellschaft und ihres positiven Rechts werden sich die Menschen in zwei Gruppen teilen. Erstens, die wirtschaftlich und politisch Freien im Besitz von Produktionsmitteln und in diesem Besitze geschützt und gesichert. Und zweitens, die wirtschaftlich und politisch Unfreien, die eben wegen der mangelnden Freiheit zunächst ökonomisch eine Garantie gewisser Lebensnotwendigkeiten erhalten würden, sodass sie nicht unter ein Mindestmaß an Wohlstand herabsinken können. Und so weiter. Das soll nur eine Kostprobe sein. Ich glaube, jetzt wissen Sie, warum ich Sie vorhin gewarnt habe, wenn Sie sich hierher begeben haben, um sich Belock anzuhören. Der kann richtig sperrig sein. Der kann aber auch anders. Und jetzt will ich Ihnen einfach mal zwischendurch als Gegengift eine andere Sache sozusagen vorab als Kostprobe geben. Nämlich etwas, was bis heute als Kinderbuch auf dem Markt ist. Mathilda. Kennen Sie Mathilda? Mathilda, die immer so schrecklich log. Also, ich werde das hier mal so hinstellen und lese Ihnen das allerdings in einer Übersetzung von immerhin Hans Magnus Enzensberger vor. Moment, da haben wir sie. Da ist Mathilda. Also, die Geschichte Mathildas, die verbrannte, weil sie immer log. Mathilda hat oft so gelogen, dass Bretter sich und Balken bogen. Die gute Tante, weit und breit berühmt für Treu und Redlichkeit, hat ihrer Nichte stets geglaubt. Fast hätte ihr es den Verstand geraubt, als sie ihr auf die Schliche kam. Nun hört, wie sich das Kind benahm. Mathilde fiel nichts Besseres ein. Kaum ließ man abends sie allein. Da lief aus Übermut sie schon verstohlen hin zum Telefon. Und rief die rote Feuerwehr. Die tapferen Männer eilten her mit Glocken und Sirenenschall. Gefasst auf jeden Unglücksfall mit Helm und Pickel nimmer müd. Aus Westen, Osten, Nord und Süd. Betroffen rief die Mannschaft aus. In Flammen steht Mathildas Haus. Zu ihrer Rettung unbedingt entschlossen und dazu beschwingt. Vom Jubel einer Menschenmenge erklommen ward in voller Länge die Leiter. Bis von Wand zu Wand der Ballsaal unter Wasser stand. Die Männer wurden erst gewahr, dass der Alarm nicht nötig war. Als raus mit euch die Tante schrie, das zwang die Retter in die Knie. Nur wenige Wochen später rannte ins Schauspielhaus die gute Tante. Man gab ein interessantes Stück, Frau Frieda Hummels spätes Glück. Nicht eingeladen war die Nichte zu dieser spannenden Geschichte, denn Lügenderei wird nicht belohnt. Das hat die Tante oft betont. Noch in derselben Nacht erkannte Mathilda, dass es wirklich brannte. Da hättet ihr sie hören sollen, wie sie mit Angst und jammervollen Gebärden, Hilfe, Feuersbrunst, den Nachbarn zurief, doch umsunst. Wer ihr Geschrei vernahm, erwog, wie oft und gern Mathilda log. Und lachend sprach das Publikum, du hältst uns wohl für reichlich dumm. Die Tante, als sie heimkam, fand Besitz und Nichte abgebrannt. Das ist der Belog, der wirtschaftlich erfolgreich war. Übrigens bis heute sozusagen ist, das ist ein ganz hübsches Buch, das kann ich gerne mal rumgeben nachher. Da können Sie denn sehen, wie das alles, das ist hier die Übersetzung von Harry Rowold, wie das alles ins Bild gesetzt wird. Und diese Verse für, ja, sind es Verse für Kinder oder sind es Verse eigentlich für Erwachsene? Irgendwo in einem Nachwort heißt es Kinder bis 80 Jahren. Für die ist das gemacht und zwar in zwei Bänden. Auf Deutsch einmal das Biesterbuch für kleine Bösewichte und auf Deutsch und das andere Kleinkinderbewahranstalt, übersetzt von Hans Magnus Enzensberger. Beide sind so rausgekommen im Sanssouci Verlag in Zürich. Im englischsprachigen Raum gibt es das immer noch und in zauberhaften Ausgaben zum Teil. Meine Lieblingsausgabe ist die hier aus der Folio Society, wo also, gucken Sie sich schon mal diesen schönen Einwand an, wo also diese ganze Gedichtssammlung dieser bitterbösen Verse, die so ein bisschen erinnern an manches aus unserem Struwelpeter gesammelt dargeboten werden. Oder in den 1920er Jahren gab es mal ein Buch von einem Menschen, der nannte sich Jakobus Schnellpfeffer, Nadeln im Sofa hieß es. Der Mensch hieß wirklich Karl Georg von Maaßen und war eigentlich ein Münchner Bibliophile, aber der hat eben auch so ganz böse Kinderverse gemacht. Ich lese Ihnen nachher noch mal was anderes vor, aber das sollte jetzt sozusagen das Gegengift erst mal zu dem Sklavenstaat sein. Ein bisschen müssen wir aber noch bei Politik bleiben, bevor wir richtig zu mindestens ein, zwei literarischen Werken kommen, nämlich zu einer Sache, die bis heute eigentlich bei Belok immer mal wieder angesprochen wird, nämlich sein Buch, was er 1927 herausgegeben hat, mit dem Titel Die Juden. Dieses Buch ist oft so interpretiert worden, oder nicht oft, aber immer mal wieder, dass da auch Antisemitisches drin ist. Ich glaube, dem kann man widersprechen. Belok war jemand, der im England seiner Zeit Verwerfungen gesehen hat zwischen jüdischen Bevölkerungsteilen, nicht jüdischen Bevölkerungsteilen, und der das in diesem Buch hat aufarbeiten wollen. Dieses Buch ist übrigens gewidmet Fräulein Ruby Goldsmith, meiner Sekretärin in vielen Jahren in Kingsland, und der ersten und treuesten unserer jüdischen Freunde, zu der meine Familie und ich immer in tiefer Schuld und Dankbarkeit stehen werden. Dass er sich mit diesem Thema auseinandergesetzt hat, ist eine Folge seiner politischen Tätigkeit, aber nicht irgendwelcher Animositäten, etwa gegen Juden in der Gesellschaft. Das wird auch deutlich in seiner sehr scharfen Abgrenzung oder Kritik an dem, was dann später in Deutschland, wie wir alle wissen, geschehen ist. Der Antisemitismus der Nationalsozialisten ist von Belok in Essays mit den kompromisslosesten und schärfsten Tönen verurteilt worden. Und das lässt meines Erachtens keinen Zweifel offen, dass er da aus seiner Sicht damals vertretbare Positionen beschrieben hat. Dann das nächste, ganz aktuelles Thema, The Mercy of Allah. Ich habe das jetzt hier bloß in so einem Printing-on-Demand-Buch. Das ist nicht mehr so leicht zu kriegen. Da setzt er sich kritisch mit dem Islam auseinander. Also er hat eigentlich um sich herum kritisiert, soweit es irgend ging. Er hat alles, was ihm nicht gefallen hat, in Buchform zersetzt, seziert, kritisiert, zerstückelt. Wobei hier ist vielleicht zerstückelt das falsche Wort in dem Zusammenhang. The Mercy of Allah, da beschreibt er die Kreuzzüge, die Folgen davon. Er beschreibt, wie der Islam Europa versucht zu erobern und was man dagegen tun müsste. Das nächste, sein ganz großes Thema, The Great Heresies. Was sind für ihn Heresien? Also das geht los bei Arius. Da ist dann nochmal der Islam mit bei. Die Albigenser spielen eine Rolle. Und dann für ihn das große Thema, an dem er sich immer abgearbeitet hat, die Reformation. Wobei für ihn die Reformation, die Reformation in Großbritannien war. Heinrich VIII, die Folgen davon. Und auf dem Festland, Luther spielte für ihn gar nicht die Rolle in diesem deutschen Provinz-Nest-Wittenberg, sondern Calvin war sein Problem. Calvin war sein großer geistiger Antipode, sozusagen mit dem er sich auseinandersetzte. Und an dem er kein gutes Haar ließ, weil er hat gar nicht großartig theologisch argumentiert, sondern kulturell. Er hat gesagt, alles was in Europa an Kultur geschaffen ist, und für ihn war das Europa immer das Europa des Mittelalters, ist in der Zeit vor der Reformation entstanden. Die großen Architekturen, die große Musik, die große Musik. Bach hat er übersehen, den würde ich ja nun wirklich als ganz Großen mit dazu rechnen. Aber nein, das war für ihn kein Thema. Für ihn war eben die Gregorianik das Wesentliche, für ihn war die Gotik und die Romanik das Wesentliche. Für ihn war die politische Kultur des Mittelalters das Wesentliche. Und für ihn war vor allen Dingen das Lateinische das Wesentliche und die Einheit des mittelalterlichen Europas. Und die Zerstückelung Europas in kleinere Staaten, in Nationalstaaten, war für ihn mittelbar mindestens eine Folge der Reformation, so wie er sich verstanden hat. Und das hat er bekämpft. Weil er hat gesagt, Europe made the faith and the faith made Europe. Das war so ein Standardsatz von ihm. Das hat er nicht trennen können und nicht trennen wollen. Und daran hat er sich abgearbeitet in mehreren Büchern. Es gibt hier so ein Sammelband, Essays of a Catholic. Da können Sie das also die Länge und die Breite nachlesen. Da hat er sich mit allen Teilaspekten auseinandergesetzt. Dann gibt es Characters of Reformation, ein Buch von ihm, wo er Biografien von an der britischen Reformation beteiligten Leuten vorträgt. Dann How the Reformation Happened, wo er also wirklich Einrich den Achten an den Pranger stellt und seine Frauengeschichten und so weiter. Also da war er wirklich ganz, ganz, ja auch bitter, gallig, kann man sagen. Und dann hatte er eine ganz andere Seite. Dann hatte er eine Seite, die war zartfühlend, die war romantisch. Letztlich ist auch seine Mittelaltervorstellung eine romantische Vorstellung. Aber so richtig rausgekommen ist das in Gedichten, die er geschrieben hat. Es gibt, das ist hier eine komplette Ausgabe seiner Gedichte, also das sind so 280, 300 Seiten, wo er von Liebesgedichten über Landschaftsbeschreibungen poetischster Art historische, Stoffe behandelnde Dichtungen geschrieben hat. Und das ist einfach schön zu lesen. Jetzt kommen wir zum Rotwein langsam. Er hat, na, würde man sagen, ein Fünftel seiner Gedichte, das ist vielleicht übertrieben, über Wein geschrieben. Er war ein Weinfreund und das hat er bis hin zu einem siebenseitigen Heroic Poem in Praise of Wine ausgedichtet. Keine Angst, ich lese Ihnen jetzt keine sieben Seiten zum Lob des Weines vor. Aber vielleicht, weil wir hier in einem geistlichen Kontext uns befinden, wenigstens räumlich, ein kurzes Gedicht, was er für Ostersonntag mal gedichtet hat, für einen Ostersonntag. Upon God the Wine Giver, für Gott den Weinschöpfer. Though man made wine, I think God made it too. God, making all things, made man make good wine. He taught him how the little tendrils twine about the strakes of labor close and true. Then next, with intimate prophetic laughter, he taught the men in his own image blessed to pluck and wagon and to all the rest, to thread the grape and work his vintage after. So did God make us, making good winemakers. So did he order us to rule the field. And now by God are we not only bakers, but winters also, sacraments to yield. Yet most of all strong lovers praised be God, who taught us how the winepress should be trod. Also, ich weiß nicht, ist das Hochwürdenblasphemie? Nö, nicht. Das ist seine Interpretation, wie die sichtbaren Elemente der Eucharistie hergestellt werden. Und er dankt dem lieben Gott dafür. Das ist eine Sache, die ganz typisch war für ihn, dass er da auch oft die Grenzen ausgelotet hat. Eine andere Sache, die sehr poetisch zum Teil war, ist eigentlich sein berühmtestes Buch, und zwar The Path to Rome, der Pfad nach Rom. Es ist mal gesagt worden, das sei nach Chaucer's Canterbury Tales das erste Mal wieder, dass in englischer Sprache ein Buch geschrieben worden ist, was eine Wanderung beschreibt, was einen Fußweg beschreibt im Sinne einer Wallfahrt. Und die Geschichte hierzu ist die, dass Belock Anfang des letzten Jahrhunderts in Thule, wo er auch seinen Wehrdienst abgeleistet hat, gewesen ist und dort in die Kirche gekommen ist, wo seine Familie die Gottesdienste besucht hat. Und er hat festgestellt, die ist also völlig renoviert, die sieht wieder schön aus, die erschienen ihm strahlend, er hatte sie lange nicht gesehen. Und das inspirierte ihn, zu einem ganz spontanen Gelübde einen Fußweg zu machen nach Rom, von dort aus nach Rom, das ist eine ganze Ecke. Und zwar wirklich jeden Tag die Messe zu besuchen, nicht zu fahren, sparsam zu essen, wenig zu trinken und das in absehbarer Zeit zu beginnen. Seine Schlussfolgerung zum Schluss war, alle seine Gelübde hat er eigentlich gebrochen. Er hat viel getrunken, er hat gut gegessen, er ist immer mal auch gefahren, weil er einfach dann nicht mehr laufen konnte. Was zudem führte, als er nach Rom reinkam, saß er hinten auf einem Karren, ließ aber seinen Fuß über das Pflaster schleifen, damit er sagen konnte, er sei zu Fuß nach Rom reingekommen. Ja, also ich sage mal, so kann man es natürlich auch machen. Er hat sich dann am Ende mit einem Gedicht sozusagen entschuldigt beim lieben Gott, dass er da so ein bisschen geschummelt hat. Aber für ihn war diese Wanderung, diese Wallfahrt von großer Bedeutung, und zwar für ihn, für sein Glaubensleben. Weil er hat nämlich dieses Gelübnis, diese Wallfahrt zu machen, in einem Moment gemacht, wo sein Glauben durchhing, wo er eigentlich damit nichts mehr anfangen konnte, wo er so eine Zeit der Trockenheit durchmachte und nicht mehr wusste, wie es weitergeht. Und da war das für ihn genau der richtige Moment, diesen Weg zu beginnen. Und dieser Weg führte ihn dann durch den Elsass und runter nach Italien eben. Und er kam dabei durch einen Ort mit dem Namen Undervillia. Und da hatte er ein Erlebnis, was so ein, ja, nicht so dramatisch wie bei Paulus und Damaskus, aber so in die Richtung ging, so eine Art Damaskuserlebnis. Das war das vierte Tal des Jura, was er durchlief. Und da erlebte er Folgendes. Dort an diesem stillen Platz lag das kleine Dorf Undervillia. Und ich dankte dem Jungen, der ihn dahin geführt hatte, wandte mich von seinem Wagen ab. Wagen, er ist wieder gefahren. Und unter Schmerzen näherte ich mich dem Gasthof, wo ich die Wirtin fragte, ob sie mir etwas zu essen geben könnte. Und sie meinte, dass es in etwa einer Stunde soweit sein würde. Worte gebrauchte, die ich nicht verstand. Denn das Französisch war immer barbarischer geworden. Und ich hatte mich jetzt in der Tat in einem der abgelegensten Plätze der Welt verloren. Indessen ist eine Zigarre, sogar in Undervillia eine Zigarre. Und die beste kostete einen Penny. Ich kaufte also eine solche und ging dann, sie rauchend, über den Dorfplatz. Und als ich an eine niedrige Mauer kam, lehnte ich mich hinüber und verfiel in Betrachtung des herrlichen, klaren, grünen Wassers, das auf der anderen Seite unten schäumend und gurgelnd vorüberrauschte. Denn ein kleiner Fluss nahm seinen Lauf durch das Dorf. Wie ich dort lehnte, mich ausruhte und Umschau hielt, bemerkte ich, dass sie ihre nahe bei gelegene Kirche neben dem niedrigen Flussufer erbaut hatten. Ich bewunderte die Leuchtkraft des Grases, das von dem Wasser getränkt wurde und den üppigen Bogen, den die Bäume zu beiden Seiten darüber spannten. Die Gräber schienen an einem natürlichen Ort der Ruhe und Heimeligkeit geborgen und gerade hinter diesem Friedhof zeigte sich jene Verbindung von behauendem Stein und Wasser, die die Ursache eines so eigentümlichen Wohlgefallens ist. Denn der Kirchturm war kühn direkt in den Fluss hineingebaut und die Strömung ging wirbelnd um ihn herum. Warum es so ist, dass ein starkes menschliches Bauwerk, wenn es ins Wasser hineinragt, auf diese Weise das Gemüt erregt, weiß ich nicht zu sagen. Ich weiß nur, dass es eine ganz eigene Bewegung hervorruft, das von uns Erdachte und Erbaute dort, wo es zumeist endet, sich behaupten und die Elemente herausfordern zu sehen. Dass wir nicht erobern können und dass immer etwas von Gefahr für den Menschen in sich birgt. Es ist deshalb gut, starke Gesimse auf die Piers und Keis zu legen und eine Architektur aus ihnen zu machen. Und es war eine ausgezeichnete Idee der Römer, ihre Villen direkt ins Meer hineinzubauen. Zwischenbemerkung übrigens, fällt mir gerade ein, wo ich das hier mit den Römern lese, wenn Belok von Europa spricht, dann spricht er nur von dem Europa, was irgendwann mal von den Römern erobert worden ist. Das, was die Römer nicht erobert haben, zählt für ihn nicht eigentlich wirklich zu Europa. Das ist nach wie vor ganz böse Wüste. Also insofern kommen wir Deutschen eigentlich auch nur sehr partiell in seiner Weltanschauung vor. Das muss man wissen. Ähm, die Römer. Er spricht ja noch von Mont Saint-Michel und so weiter. Während ich so das Anfluten des Wassers gegen die alten Gemäuer beobachtete und meine Zigarre zur Hälfte aufgeraucht hatte, begann eine Glocke zu läuten. Und es schien, als ob das ganze Dorf in die Kirche ströme. Das war für mich etwas Überraschendes, weil ich zu keiner Zeit meines Lebens an die einmütige Anbetung einer ganzen Bevölkerung gewöhnt gewesen bin, sondern den Glauben immer für etwas gehalten habe, das gegen die Umstände zu kämpfen hat und Einmütigkeit nur an Orten gesehen habe, wo irgendeine Scheinreligion oder anderes unsere Tragödien beschönigte und unsere Sünden entschuldigte. Es war bestimmt ein ganz neuer Anblick, alle diese Männer, Frauen und Kinder eines Ortes zu sehen, die den Katholizismus für selbstverständlich nahmen. Und so legte ich meine Zigarre sorgfältig unter den Stein an der Mauer und ging mit ihnen in die Kirche. Ich sah dann, dass sie zur Vespa gekommen waren. Das ganze Dorf sank und kannte die Psalmen sehr gut. Und ich stellte fest, dass ihr Latein sich mehr dem Deutschen als dem Französischen näherte aber was von allem, das die meiste Freude bereitete, war, von allen den Männern und Frauen zusammen den so herrlichen Gute-Nacht-Gruß an den lieben Gott zu hören, der beginnt T. Luzis ante Terminum. Mein ganzes Herz war erhoben und umgewandelt durch diese gemeinsame Handlung. Und ich sah für einen Augenblick ein ganz klares Bild von der katholischen Kirche und ich gedachte Europas und der Jahrhunderte. Denn hier verließ mich ganz und gar jede Einstellung auf Widerstand und Kampf, die für uns andere immer mit dem Glauben verbunden ist. Die Großstädte schrumpften in meiner Vorstellung ein und ich achtete kaum mehr auf das moderne Geschrei. Ich trat mit ihnen wieder heraus in den klaren Abend und die Kühle und ich fand meine Zigarre und zündete sie wieder an. Und tiefer als je zuvor und nicht ohne Tränen sann ich über das Wesen des Glaubens nach. Der Schlusssatz dieses Absatzes heißt dann allerdings in Underville kochen sie schlechter als an irgendeinem anderen Ort, wo ich je war. Möglicherweise mit der Ausnahme von Oma Hamid Nebraska. Also der alte Spötter kommt natürlich sofort wieder in ihm durch. Aber ich sag mal, das ist eine Schlüsselszene in seinem Werk und in seiner Biografie. Von dem Moment an hat er dieses Europabild, dieses Bild von seinem Glauben und seiner Kirche nie wieder losgelassen. Das ist übrigens die letzte deutsche Ausgabe, die es gibt von Der Weg nach Rom. Die ist vor genau 50 Jahren bei Herder erschienen. Gibt es inzwischen wieder eine neue. Sollten wir mal darüber sprechen, lohnt sich sicher. The Path of Rome im Englischen ist seit 1902, soweit ich weiß, nie out of print gewesen, sondern immer wieder da erhältlich gewesen. Und das ist wirklich eine Beschreibung von Landschaften, von Kulturen, von Brauchtum, von Religionen, von Erfahrungen, selbstironisch, mit viel Humor. Also die Lektüre kann ich wirklich empfehlen. Ich empfehle nicht den Sklavenstaat, die Juden oder eventuell auch die Great Heresies. Die sind ganz spannend, aber Mercy of Allah kann man sich sparen. Aber Path of Rome würde ich Ihnen empfehlen. Das macht Freude, das macht Spaß zu lesen. Und das wird auch immer wieder empfohlen und ist meist sogar Anlass, ihn noch heute in irgendwelchen, oder noch heute ist gut, in irgendwelchen Literaturgeschichten zu erwähnen. Hier zum Beispiel dieses dicke Buch mit über 600 Seiten, was übrigens nicht ersetzt ist bis heute, von Gisbert Kranz, 1961 erschienen, Europas christliche Literatur. Da wird er ausdrücklich wegen Path of Rome aufgenommen. Es wird gesagt, dieses Buch, das macht ihn zu dem Schriftsteller, der bleiben wird. Ganz neu erschienen, eine Neuerscheinung des letzten Jahres. Joseph Pierce hat bei der Ignatius Press in Amerika ein Buch rausgegeben mit dem schönen Titel Catholic Literary Giants. Also da geht es wirklich um die Großen, die Giganten. Und da ist dann Tolkien und Dante und Chesterton und Shakespeare wird da selbstverständlich vereint. Und eben aber auch Beloc. Und es wird gesagt, Beloc in der Nutshell hier in dem Abschatz, in erster Linie auch wegen des Weg nach Rom. Das lohnt sich zu lesen. Pierce ist übrigens einer der beiden Biografen auch von Beloc. Die andere Biografie, die es auch immer noch gibt, ist die hier von Wilson, die ist in Großbritannien erschienen. Pierce ist der amerikanische Biograf. Ja, und dann hat natürlich der schon beim letzten Mal erwähnte Reverend Ian Kerr, katholischer Priester und Literaturwissenschaftler in Oxford, in seinem Buch The Catholic Revival in English Literature, auch Beloc, ein Kapitel gewidmet, was er beginnt mit Ilère Beloc's Dents Apart from the Other Central Writers of Catholic Revival. Und er sagt dann so, zentral ist er gar nicht, aber er ist wichtig. Und er ist vor allen Dingen wichtig gewesen, dadurch, dass er eine vermittelnde Rolle gespielt hat und eine befruchtende Rolle im Hinblick auf Chesterton. Chesterton, über den vielleicht einige von Ihnen neulich den Vortrag auch gehört haben, der hier stattgefunden hat. Chesterton war eng befreundet mit Beloc, so eng, dass H.G. Wells, der die Zeitmaschine geschrieben hat, unter anderem, und ein großer Atheist war und ein großer Mitdiskutant in den Jahren der englischen Literatur, die beiden zusammengebündelt hat zu Chester Beloc. Die sind also bei ihm immer als Chester Beloc aufgetreten. Aber Beloc wirklich hat Chesterton ganz viele Inspirationen gegeben, die bei ihm dann gemündet sind, in Orthodoxy zum Beispiel oder in Heretics, in große Schriften, die jetzt zum Beispiel in der anderen Bibliothek wieder Enzensberger nachzulesen und zu erwerben sind. Das, was neben Der Weg nach Rom bis heute den meisten Erfolg hat, ich habe es schon angedeutet, sind seine Kinder- und Jugendgedichte, nein, wie soll ich das sagen, Kinderbücher, die wunderbar illustriert sind übrigens alle, von einem Freund, das ist also alles auf grausigste Art und Weise, zu sehen, was er da schildert. Grausig, da muss ich Ihnen eine Sache unbedingt vorlesen, die also neben Mathilda ein ganz besonders berühmtes Gedicht ist. Ich glaube, ich mute es Ihnen mal zu, das ist nicht lang, Ihnen das erst auf Deutsch und dann noch mal kurz auf Englisch vorzulesen, einfach auch um zu zeigen, wie schwierig es ist und letztlich unmöglich, Gedichte zu übersetzen. Das hier ist die Geschichte von Jim, der, weil er dem Kindermädchen davon lief, von einem Löwen gefressen wurde. Ein Junge, der Jim Tippett hieß, der lebte wie im Paradies. Gefüttert wurde er mit Torten und Sahne als der besten Sorten. Man gab ihm Decken, wenn er fror, man las ihm Kurzgeschichten vor, von literarischem Niveau und sonntags ging er in den Zoo, wo er mit Nana, Hand in Hand, so hieß das Kindermädchen, stand. Was dort geschah, war schauerlich, unnötig und bedauerlich. Bevor ihr aber Jim beklagt, ich habe es euch schon oft genug gesagt, wer sich vom Kindermädchen trennt und einfach durch die Gegend rennt, wie der verwöhnte Jim es tat, um den ist es ganz und gar nicht schad. Er riss sich los und lief davon. Im Nu fiel nun, ihr ahnt es schon, bevor der Junge sich besann, mit offenem Schlund ein Löwe ihn an und fraß ihn auf, wobei er sachte den Anfang mit den Füßen machte. Wer würde nicht vor Angst vergehen, wenn jemand ihm zuerst die Zähne, so dann die Wade überdies, ein wenig oberhalb des Knies, die besten Stücke vom Gesäße, genüsslich von den Knochen fräße. Kein Wunder, dass ihm das missfiel. Er rief aus Leibeskräften, hielt zu Hilfe und auf diesen Schrei holt man den Werder rasch herbei. Kusch, Ponto, kusch, du sollst dich schämen, unmöglich finde ich dein Benehmen, gib mir den Herrn, der Löwe stutzte. Den armen Jim ließ der Verdutzte nur widerwillig los und schlich zurück in seinen Käfig sich. Der Wärter hat das Tier verscheucht, doch seine Augen wurden feucht beim Anblick, der dem Mann sich bot. Der Kopf war ab und Jim war tot. Moral. Die Eltern nahmen den Verlauf mit einiger Bestürzung auf. Die Mutter stammelte verstört, ach, hätte er nur auf mich gehört. Das kommt davon, der Vater sprach, denkt über diesen Unfall nach. Entschließt euch Kinder, statt zu flennen, der Nana niemals durchzubrennen, damit euch nie ein Löwe frisst, der schlimmer als das Fräulein ist. Das ist Jim und jetzt müssen Sie das noch mal in meiner englischen Version hier hören. Jim, who ran away from a nurse and was eaten by a lion. There was a boy whose name was Jim. His friends were very good to him. They gave him tea and cakes and jam and slices of delicious ham and chocolate with pink inside and little tricycles to ride and read him stories through and through and even took him to the zoo. But there it was a dreadful fate befell him, which I now relate. You know, at least you ought to know, for I have often told you so, that children never are allowed to leave their nurses in a crowd. Now, this was Jim's special fable. He ran away when he was able. And on his inauspicious day, he slipped his hand and ran away. He hadn't gone a yard when, bang, with open jaws, a lion sprang and hungrily began to eat the boy beginning at the feet. Now, just imagine how it feels when first your tooth and then your heels and then by gradual degrees your shines and ankles, calves and knees are slowly eaten bit by bit. No wonder Jim detested it. No wonder that he shouted, he, hi, The honest keeper heard his cry, though very fat, he almost ran to help the little gentleman. Ponto, he ordered, as he came, for Ponto was a lion's name. Ponto, he cried, with angry frown, let go, sir, down, sir, put it down. The lion made a sudden stop and let the dainty morsel drop well, it gives me no surprise. He would not do as he was told. His father, who was self-controlled, bade all the children round attend to James' miserable end and always keep a hold of nurse for fear of finding something worse. Das sind die Dinger, die sich bis heute verkaufen, die literarisch als Meisterstücke anerkannt sind, aber natürlich ziemlich böse. So, und jetzt, da unsere Stunde fast um ist, muss ich das mit dem Wein erklären. Ich habe ja schon gesagt, es gibt eine ganze Menge Weingedichte bei Belloc in seinem Oeuvre. Das Schönste für mich hat vier Zeilen und heißt einfach Wherever the Catholic sun does shine, there is a laughter and a good red wine. At least I always found it so, Benedicamos Domino. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit. Danke. Vielen Dank.